Raten wir mal, welches im Chat die am meistgestellte Frage war, beziehungsweise das am meistdiskutierte Thema. Schwarzkohlen. Nächster Versuch. Der wird Kanzler. Nächster Versuch. Cannabis. Ernsthaft, ernsthaft. Die meisten Leute wollten wissen... Nicht Klimaschutz, nicht Weltfrieden, nicht soziale Gleichheit, nicht der Kapitalismus. Believe me, believe me, im Chat, und das ist vermutlich nicht repräsentativ für alle, die das mithören und mitssehen, aber im Chat, also eine sehr starke Legalized-Fraktion. Mir riecht es komisch, das ist, weil wir tüffen. Und manchmal kommt die Polizei. Ich bau mir jetzt mal so'n Teil zum Kiefer. Das finden die bestimmt auch geil. Wir kiefer. Da, 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 da. Wir kiefer. Da, 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 da. Da, 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 da. Klimaschutz, nicht Weltfrieden, nicht soziale Gleichheit. Gleichheit, nicht der Kapitalismus-Kanalist, believe me.